Neutrales Land. Läuft bei uns. Blau braucht mehr... Ach nee, das war das falsche Spiel. Blau braucht mehr Land? So, wir spielen Folge 7, das Ende der Belagerung. Ende? Ende. Vor vielen Tagen lang ist's her, log die Ratte, dass sich die Balken bogen. Diese Unart störte manche sehr und Pfeile bald vom Himmel flogen. Die Ratte hörte Bögen zischen und sputete sich, um zu entwischen. Doch wer Unrecht sieht, der erntet den Lohn. Auch der Ratte wird ihre Strafe drohen. Die Strafe. Die Barden im ganzen Land geben ihr Bestes, um die Autorität der Ratte zu untergraben. Da das Urteilsvermögen von Lord Wulzak in Frage steht, übernimmt Sir Longarm die Führung. Kurz darauf erfahrt ihr, dass der nervöse Lord Mannequin den Mut gefasst hat, sich mit euch gegen den Feind aufzulehnen. Der Nervöse. Der Püß, ihr müsst euch um Lord Mannequin kümmern. Wenn sich auch nur ein Lord erhebt, werden es bald alle tun. Nun, äh, ich muss erst meine Grafschaften zurückfordern und, ähm, ich habe noch nicht genug Truppen, also, äh, äh, ähm, ich erwarte noch Verstärkung von... Ich habe eine Angst. Mhm, ein bisschen. Genug belagert die Grafschaft Lord Mannequins oder ich lasse euch hängen. Passt. Mhm. In Anerkennung eurer Dienste befördere ich euch hiermit zum Kommandanten aller aufständischen Truppen. Yes! Ihr habt es euch redlich verdient. Finde ich auch. Eure erste wichtige Aufgabe ist es, Lord Mannequin zur Seite zu stehen, bis die Belagerung seines Bergfriedes aufgehoben ist. Schaffst du, oder, Barrett? Mannequin wird belagert und es wäre verheerend für uns, wenn seine Grafschaft viele. Geht mit deiner Kompanie Lanzenträger an Land und führt seine Garnison zum Sieg. Wenn wir hier Erfolg haben, erheben sich vielleicht noch weitere Grafschaften. Meinst du, der Typ heißt, äh, Skywalker? Ja, ja. Mannequin Skywalker? Oh. Ich möchte dir übrigens noch was sagen. Und zwar, der Bar, der da gerade gesungen hat, ne? Ja. Der hat wesentlich besser gerappt als Lion. Ja. Wesentlich besser. Ja. Wesentlich besser als Lion. Schlechter geht auch nicht. Nee, schlecht. Wobei, doch, wenn ich anfange vielleicht. Aber sonst geht es wirklich nicht schlecht. Ich bezweifle es. Ich schreibe dir ein paar Reime, das reimt sich dann besser als bei Herrn Doppelkinn. So, wollen wir? Ja. Fricht mal Strategie und so. Nee, komm, hier. Attacke los. Die Boot wird angegriffen. Attacke. Schragt ihm bloß auf die Wege. Alles, alles. Alles hier so ran. Los. Wir rücken aus. Wir rücken aus. Bogenschützung auf die Welle. Wohin gehen wir? Wirklich in den Graben? In den Schlamm. Allzeit bereit. So. Gucken wir uns das mal hier an. Die kommen nämlich hier auf... Die kommen nämlich alle hier hoch. Das wird spannend hier. Ja, das sieht gar nicht so gut aus. Das... Das täuscht. Wenn ich die nämlich mit so meinen Bogenschützen hier stelle, dann safen die die Bogenschützen. Richtig. Oh. Attacke. Ab zurück. Oh, die kommen nicht mehr zurück. Das war's. Nee, das war's nicht. Nö, nö. Alter, wie viel schafft denn der Lord? Meine Maus ist weg. Hatte ich irgendwann auch. Der Lord! Was ist denn? Ich komme aber auch nicht mehr weg da. Eine Botschaft. Fuck! Nein! Ein weiterer Sieg meiner Oh! Oh, ein langes Spiel! Das gut geben wir nochmal. Das war jetzt doof. Ich hab das... Ich hab, um ehrlich zu sein, hab ich noch nie einen Niederlagenbildschirm in diesem Spiel gesehen. Nein? Noch nie. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Jetzt weiß es. Jetzt weiß ich's. Okay, wir machen das nochmal. Schafft die Männer schnell auf die Welle! Wir machen das nochmal. Diesmal stelle ich sie mal hier hin. Sehr wohl, mein Herr. Und ihr alle... ...kommt einfach hier hoch. Bzw. nicht alle, wir machen mal die Hälfte. Du kannst lieber bei Bauer. Stimmt. Ich bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Bogen ist euer. Aber ein paar von euch. Ich tu mal hier hoch. Und weiter. Bei den Leiterträgern reicht dir die Ecke schubsen. Bei Leiterträgern reicht dir die Ecke schubsen? Ja. Die müssen jetzt puzzeln, die sich da ein bisschen. Die verlieren zwar, aber die kommen nicht. So, ich hab hier immer noch... Zwei. Die gehen nochmal hier hoch. Macht nichts. Macht gar nichts. Habt ihr das denn gemacht? Rückenhaut. Komm mal hier mal nach oben. So, die dürfen jetzt gerne so lange herkommen, wie sie wollen. Das stört mich nicht. Oh, natürlich. Läuft, ne? Läuft sich richtig. Ja, klar. Wie sie hier am Klettern sind, ey. Aber egal, kein Problem für mich. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Stört mich nicht. Pack ich es. Oh, der Feind befindet sich in der Burg. Kenners, ihr sollt da nicht rangehen. Das sollen die Spätträger machen. Die Bogenschützen waren gerade im Laker. Komm, hier. Abstechen, die Jungs. Mit so einem Pfeil hier wird es in der Hand. Ja, genau. Scheiße, mein Pfeil ist abgebrochen. Wie hast du meinen? Ne, meinen ruhig. Scheißiger. Abstand, geil. So, die hauen alle ab. Perfekt. So, jetzt aber 3D-Fix. 3D-Fix aufbauen. Wir brauchen... Stimmt, lass mal eben. Unten links hast du, äh, hast du, glaube ich, Holz auf dem Berg noch. Erst mal ein bisschen zurück hier. Unten links. Links, 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 da. Links, links, links. Ach, da sind schon 3. Das reicht. Dann kann ich hier noch... Die werden eh die ganze Zeit zerstört. Ja, stimmt. Die darf nicht eh nur. Hast du unten vielleicht noch welche? Ne, ich kann hier oben noch hinbauen. Hier so. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Aber du hast noch keine Links. Ne, hab ich nicht. Liebe Pech, ne? Ich arbeite so viel mit Pech. Ich gar nicht. Bin so richtiger. Hier noch einen zweiten hingebaut. Da sind zwei. Kriegen wir irgendwie noch in den dritten hier reingequetscht. Das wäre schön, wenn wir noch in den dritten Weizenfam hier reingebauen. Och, komm, hier auf den Sand. Was soll's? Das geht? Ja, klar. Ich bin bescheuert. Richtig bescheuert. Komm. Getreide auf den Sand. Dann haben wir drei davon. Dann können wir... ...ne zweite Mühle hier ran bauen. Dann sind nicht dort genügend Arbeiten vorhanden, um das Gebäude zu verbreiten. Dann hauen wir nochmal... ...eins, zwei hier rein. Hast du nur Getreide? Ja, hab ich. Und... ...eins, zwei. Das find ich auch immer voll geil, dass die dann so schlägt werden. Das liebe ich. Ja, find ich auch. Eins, zwei, drei, vier. Hast du einen Stein für die... ...fünf, sechs. Stein hab ich auch noch ein bisschen übrig, ja. Ganz schön demoliert worden, ne? Ja. Da brauchen keine Zinden vor. Die Zinsen sind richtig wichtig, find ich. Ja, find ich auch. Ich mach meistens sogar so zwei von diesen Steinen hin und dann erst die Zinsen. Weißt du, ich meine? Soll ich mal machen? Wenn du genug Steine hast. Ne, hab ich nicht, aber komm ja. Demnächst wieder. Hier. Zack. Da ist noch schön Zinsen vor, das ist richtig. Genau. Denk ich mich auch. So, jetzt können nämlich unsere Zinsen mal nach vorne. Sind auf dem Weg. Ich kann hier... Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Hast du einen Bauer? Hast du? Du hast einen... Ja. In Bewegung. Ja, ich hab einen Bogenbauer, hab ich. Ah, okay. Und du hast keine Nahrung, fast. Nein, ich weiß. Kann ich inzwischen... Ich glaube nicht, ne? Ne, kann ich... Ich hab immer noch keinen Markt. Egal, das passt. Das wird schon. Das geht nicht anders. Du musst halt... Bauen wir mal ein paar Bäckereien, wenn's geht. Ja, die sind ja gerade alle schon am Kräftiger machen. Der kommt gleich wieder massig an. Ja. Das passt schon. Bin zur Stelle. Da musst du einfach nur noch wachsen. Bogen schützenbereit. Ordentlich Truppen, ordentlich Deffen da oben. Keine Steuern ist eine Sache. Oh, Bartholomeos, Doppelkopf. Mit einer kleinen... Ja, da musst du irgendwie 20.000 Mal anklicken, dann sinkt er. Als... Sinkt er random mal. Ja. Simon Riemenschneider. Spielt vor sich hin. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Saller. Ja, jetzt kommen sie aber zu. Das passt perfekt. Vier... Vier kommen jetzt zu, das läuft. Also sobald jetzt das Nahrungsproblem komplett gelöst ist, würde ich... Steuern erhöhen. Ja. Aber dann, ähm... Läuft es eigentlich schon voll. Ja, denke ich. Steine sind auch gleich wieder da. Kannst du dann einen Mauarbeiter bauen? Mhm. Du weißt es ja nicht. Es ist immer nur acht oder so, ne? Wie viele Steine... Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Weiß ich auch nicht. Können wir mal gucken. Acht. Ja, doch. Okay. Was war das? Wirklich in den Graben? In den Schlamm? Muss das sein. Ja, wo bleiben die Gegner? Gegner. Gegners? Gegners. Okay. Der Lord hat, äh, keiner da Schaden genommen. Das ist ja schön. Ja. Eine Nahrung ist auch so ein bisschen... Mh, ja. Nahrung, Nahrung kommt. Nahrung kommt. Kannst du mal wieder schneller stellen. Finde ich auch. Ja, das sieht schon besser aus. Yes. Ich will die Steuern hochklappen. Aber ich denke mal, ich werde... Vielleicht... Darum ist es in die Bäckerei, ne? Ja. Ja, ich glaube. Oh, einer, zwei... Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Zwei Weckereien noch dazu. Ich denke, das passt. Ja. Die kommen mal... Wobei, Wachen... Oh, Pekingiermacher. Sehr gut. Finde ich auch nicht so schlecht. Also, allein um die Leitern immer wegzuschauen. Richtig. Eins, zwei, drei mach ich mal. Wir benötigen mehr Gold. Unser Schatzkammer leert sich. Komm hier, Steuern, Nahrung, passt. Wir hoffen, dass es passt. Klar passt das. Los, los. Danke. Das mit der Nahrung passt jetzt. Vor allem, wenn wir jetzt acht Bäckereien haben. Ja. Passt das noch mehr? Ja, ne? Gar nicht mehr viele. Sind es nur noch drei Stück. Ihr schon wieder? Wie konntet ihr ohne mein Wissen hierher gelangen? Wie dem auch sei, ich werde Gruppen aussenden, die euch ins Jedenfalls befördern. Ja, macht das so. Das glaube ich nicht, Tim. So, Tim. Kennst du Tim nicht? Doch, klar kenn ich Tim. Ja, das bringt eh nichts, weil das wird eh zerfetzt. Ich weiß. Ich habe das einmal gemacht, als ich die Mission gespielt habe. Da habe ich mir jedes Mal die Mühe gemacht, da wieder so ein richtig fettes Holz vorzubauen. Das hat halt überhaupt nichts gebracht. Die Truppen der Ratte greifen an. Das bringt halt minimal ein bisschen Zeit. Ja. Oh, so viele. Ja, ich brauche noch mehr Truppen, wenn du kannst. Bin zur Stelle. Es werden rekrut, nichts benötigt sein. Euren Wunsch. Ja, bitte rücken aus. Sehr wohl, mein Herr. Die lässt als Kanonenfutter sterben. Ja. Oh, das ist vielleicht doch kein... Das ist vielleicht so sinnvoll. Uh, das sind aber viele. Wir rücken aus. Uh, das sind aber viele. Schick die Leute auf die Wände, dass sie die Glätter wegkennen. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Schiebt sie weg. Schiebt sie weg. Ja, bitte. Läuft, ne? Da fliegt er. Ja, und jetzt könnt ihr nur kloppen. Und da du eine zweite Wall davor gebaut hast, können die Bogen schuze aufbauen. Das läuft. Ihr könnt auf uns zählen. Die Leute haben zum Wort, falls ihr unterdicht überhiftet. Das ist doch mehr. Wohingen gehen wir? Von der Entfernung zu sehen. Ja, ja. Bin zur Stelle. Mein Herr, rücken aus. Was bin ich? Um Kopf zu stecken. Ja. Warum schießen wir denn nicht? Ist mir egal. Die Baumeister machen aber nichts. Das finde ich sehr gut. So, langsam sterben wir. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Perfekt. Allzeit bereit. Das wird etwas schwierig. Womit kann ich dienen? Das denke ich auch. So. Aber Pekiniere kommen ganz schnell ganz gut zusammen, finde ich. Ja. Und Steine kannst du verloren, oder? Stimmt. Weiterbauen vor allem. Ich liebe ja Türbo, ne? Ich bin so ein richtiger Fung für die Schüsse. Ja, ja, ich auch. So. So. Die Zinnen machen auch, äh, dass die... Die Schützer. Dass die Leiterträger da kein... Nichts mehr ranbauen können, ne? Doch. Ja, doch? Sicher? Ja. Ihr könnt uns zählen, aber die Zinschützen sind. Euren Wunsch. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Trinkt mehr Bogenschützen, ne? Ich jetzt langsam mal ein bisschen Gold. Ja, hab ich. Perfekt. Eins. Zwei. Hey, weg da! Verarscht der Bade mich, ne? Ich würde ihn hängen. Ja, ne? Warte. Das war nicht. Oh, schade. Oder war das hier? Ne, da war das, aber auch trotzdem nicht. Ich glaube, ich werde mal noch ein Meer hier hinbauen. Ja, weil du jetzt so viel Holz verlassst, ne? Richtig. Aber die haben hier nämlich irgendwas kaputt gemacht. Wir benötigen Holz. Gut. Hat sich damit erledigt. Wir benötigen mehr Holz. Die Schnurze. Die Manu. Wir benötigen mehr Holz. Hat bei euch? Eine Botschaft der Ratte. So, er muss sich so wieder. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Nun, jetzt seid ihr besorgt, was? Ne, nicht so. Frau Barrett, bist du besorgt? Kein Stück. Alter, das wird richtig knapp jetzt. Jetzt geiern sie alle los und wollen das Holz haben. Schwupp, weg. Guten Morgen, eure Lordschaft. Moin. Die Truppen der Ratte greifen an. Wart rum? Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, bitte? Sind auf dem Weg. Ihr könnt auf uns zählen. Mein Bogen ist euer. Ganz schön viele Bogenschützen, Alter. Das ist echt fies. Oh, oh. Bin zur Stelle, hat die raus. 13 Stück Bogenschüssen, komm erst, oder? Alter. Du hast drei Katapulte, dann hast du ein Problem. Das sind drei Katapulte. Ach du Scheiße. Läuft, ne? Holz, oder? Bin zur Stelle, ihr könnt auf uns zählen. Du musst die Mauer mitmachen, woher. Ja, bleibst du mal locker. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Ja, das reicht doch. Weg mit den Leitern. Schieb sie weg, ne? Ja. Schubs, 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 schubs. Das ist super, ey. Das ist so witzig, das Spiel. Ja, das ist gesaved. Klar, das ist gesaved, Mann. Hallo? Das war knapp. Quatsch, ey. Ja, aber das war knapp. Tschau. Es wird waffen, wenn wir nicht seien. Was hat er gesagt? In Bewegung. Weg mit den Leitern. Weg mit den. Ja, bitte? Das wird etwas schieben. Schubst sie weg. Schubst sie weg. Schubst sie weg. Da fliegt er. Ja, vor allem die schießen nämlich die ganze Zeit hier auf die Palisaden. Den Focken hätte ich nicht weggehauen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Der Feind ist bezwungen. Der Feind ist bezwungen. Wohin gehen wir? Der Bade, der Oma von Mauer. Ahaha, ihr habt alle gut verloren, ihr seid alle tot. Ja, so ungefähr. So, und wieder aufbauen. Eine Botschaft der Ratte. Oh, das war es schon. Nicht schon wieder. Oh nein. Es ist nicht zu fassen. Ich bin von Idioten umgeben. Selbst einer. Hat auf jeden Fall geklappt. Und unsere Nahrungsvorräte waren zu Ende. Ja, richtig gut. Ja, wir haben fast keine Nahrung mehr, aber unser Tisch ist reich gedeckt. Ist ja auch unser Tisch. Gut. Das war Folge... Sieben, glaube ich. Sieben. Haben wir eine Woche vorproduziert. Geil. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wir werden jetzt eine kleine Pause machen. Weil der Kritz, der hat nämlich Schnuppen. Ich habe Allergie so krass in diesem Zimmer gerade. Ich sterbe halt. Ja, ich habe ja extra ein bisschen Katze und Hausstaub und Pollen ausgelegt. Ja. Damit du ja stirbst. Also wir sehen uns... Ja, es ist jetzt sehr viel Spaß gemacht. Wir schaffen es aber hoffentlich bis morgen trotzdem eine Folge rauszuhauen. Bestimmt. Also wir haben ja vorproduziert. Klar. Läuft. Also ihr seht das. Morgen wird eine Folge kommen, hoffe ich. Sagst du in der letzten Folge der ersten Aufnahmesession. Ja. Läuft bei dir. Gut, also wir sehen uns. Haut rein. Tschau. Tschau. Ich muss sagen, ich bin wahrhaft beeindruckt von eurer militärischen Leistung. Ich habe selbst schon des Öfteren mit dem Gedanken gespielt, das dieser erbärmlichen Ratte zu zeigen. Ich bin mir sicher, wir kommen zu einer beiderseitig zufriedenstellenden Übereinkunft. Okay, ich habe ein Angebot für die Schlange. Er soll mir das andere Auge auch noch geben. Dann lassen wir ihn in Ruhe. Ja. Für der Meinung bin ich auch. Okay, tschau. 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 Tschau.